Ofenhaus Pilz in Dörfles-Essbach Wärme, die sich sehen lassen kann Hallo, hier ist wieder mal das Ofenhaus Pilz mit einer Story aus dem richtigen Leben. Ich möchte hier den Horsekaminofen vorstellen, der sich bei uns im letzten Jahr zum absoluten Renner entwickelt hat. Das ist nämlich das Modell SILA und der große Bruder davon, SILA Plus. Und ich werde gleich zeigen, warum diese beiden Modelle die absoluten Renner geworden sind. Die SILAs bieten nämlich die Möglichkeit, hinter ihren Metallverkleidungen diese Speichersteine hier zu setzen. Das sind, was man hier sieht, 82 Kilogramm Gewicht. Die werden in die Wangen praktisch eingelegt. Durch diese Masseerhöhung kommt der kleine SILA auf 222 Kilogramm. Soll heißen, 5-6 Stunden Speicherzeit, wo er nachhält. Beim großen SILA schaffen wir bis auf 290 Kilogramm Gewicht und damit ungefähr 7-9 Stunden Speicherzeit. So, jetzt nur noch die Topplatte drauf. Und in der nächsten Szene haben wir den Ofen schon zum Brennen gebracht, damit die Kundschaft das erste Feuerchen schon genießen kann. Absolut beliebt beim SILA ist die Möglichkeit, das Gerät drehen zu können. Das heißt, ich kann hier unten an dem Knopf entriegeln und kann dann bei laufendem Betrieb das Gerät um 180 Grad schwenken. Zum Beispiel zwischen Esszimmer und Wohnzimmer. Die Tür verschließt und verriegelt von selbst. Weil die Feuerungstüre oben und unten Bleche eingearbeitet hat, wird bei Öffnen der Tür weitgehendst vermieden, dass der Rauch austreten kann. Und hier, diesmal auf einer Glasplatte, steht wieder mal ein SILA, der mit mir darauf wartet, dass der Kunde nach Hause kommt und das erste Feuerchen angefacht wird. Und hier steht schon wieder ein SILA, diesmal auf einer Bodenplatte aus Edelstahl, wo das Feuer so schön reflektiert, das haben wir hier schön zum Laufen gebracht. Die Scheibe bleibt sauber, dafür sorgt ein ausgeklügeltes System an Brenntechnik, die optimal auf die Ofenscheibe abgestimmt ist. Und mit einem einzigen Luftschieber ist die ganze Sache exakt zu steuern. Toll! Und anlässlich des ersten Feuers haben wir es uns natürlich gemütlich gemacht und haben einen schönen Abend miteinander verbracht bei einem guten Essen. Vielen Dank dafür nochmal! Also, das war die Vorstellung von dem Kaminofen, der im letzten Jahr der absolute Renner bei uns wurde, aus dem Hause Hase. Der heißt SILA. Das ist der Kleine hier nochmal. Und der große Bruder, der heißt SILA Plus. Und beide Öfen und vieles mehr gibt es bei uns live zu sehen. Also einfach mal reinschauen beim Ofenhaus Pilz in Dörfles Essbach. Wärme, die sich sehen lassen kann. Danke und bis zum nächsten Mal! .